Material schlacht! Nein. Material schlacht! Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung. Willkommen zurück in Leipzig bei TRIABY. Heute möchte ich mal ein ganz kontroverses Thema anpacken. Ein heißes Eisen in der Triathlon Szene. Da werden die Fetzen fliegen in den Kommentaren. Es geht um das Thema Triathlon, Ausstattung, Material und Low Budget. Konkret eigentlich mit der Frage, was brauche ich, wenn ich mit TRIABY anfangen will? Und wie viel kostet das? Und daher habe ich mal eine kleine Rechnung gemacht und geguckt, wie viel muss man mindestens ausgeben, damit man eine solide erste Grundausstattung hat, um die Sprintdistanz, die Olympische Distanz, eventuell, bin ich mir noch nicht ganz sicher, auch eine Mitteldistanz meistern zu können. Eine mittlere Distanz meistern zu können. So, was braucht man? Also, fangen wir mal ganz vorne an. So, Schwimmen! Was braucht man beim Schwimmen? Nicht viel. Das ist eigentlich, wenn man vom Einrittspreis absieht, die günstigste Sportart. Man braucht eine Brille. Ich habe mir gerade eine neue gegönnt von Zox. 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 In der hesslichsten Farbkombination. Daher zum umschlagbaren Preis von 12 Euro. Die wurde in mehreren Forenbeiträgen als super Schwimmbrille empfohlen. Vorher hatte ich eine von Decathlon. Ich denke, im Rahmen von 10 Euro kriegt man eine super Schwimmbrille. Ja, hier meine schöne Badeshorts von Kiwami. Eine Badehose hat eigentlich jeder zu Hause. Braucht man sich eigentlich noch nicht kaufen. Aber auch da gibt es im besten Fall für 5 bis 10 Euro eine Badehose. Sodass wir hier bei der Disziplin Schwimmen bei 20 Euro sind. Kommen wir jetzt zum vermutlich teuersten Sportrad beim Triathlon. Den Fahrrad fahren. Da beginnt es natürlich vor allem mit der Frage, wie viel muss ich ausgeben für ein Fahrrad? Welches Fahrrad brauche ich? Und wie muss das aussehen? Wie schon in mehreren anderen Beiträgen erwähnt. Wenn man ein Fahrrad hat, kauft man sich auf jeden Fall kein Triathlonrad. Sondern eigentlich immer ein Rennrad. Gerade am Anfang, wie ich in dem Beitrag hier oben auch schon mal gezeigt habe, kann man auch mit einem 12 Kilo Stahlrahmen, Stahlfahrrad super zurecht kommen. Für dieses Fahrrad hier, jetzt mal als Beispiel, habe ich vor ungefähr 2 Jahren 430 Euro bezahlt. Aber wenn man ein solides Fahrrad sucht, gebraucht, findet man locker für 400 Euro was. Zum Beispiel das hier. Oder das. Oder das. Oder das. Ebay Kleinanzeigen ist da wirklich ein Wunderbrunnen, wie ich finde. Was ich schon für Schnäppchen bei Kleinanzeigen gemacht habe. Was ich schon bei Kleinanzeigen für viel Geld losgeworden bin. Für mehr als ich das gekauft habe zum Beispiel. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu. Suchstrategien bei Ebay Kleinanzeigen. Gerade bei Fahrrad, Sportbekleidung, kann man da wirklich richtig viel Geld sparen. Super Sachen bekommen und muss jetzt nicht viel recherchieren und suchen. Die Fahrradsaison ist absolut vorbei. Jetzt ist die beste Zeit bei Ebay Kleinanzeigen nach Rädern zu suchen. Suche nicht zuerst nach den neuesten Beiträgen, sondern nach denen, die am ältesten sind. Warum? Weil, wer selber schon was bei Kleinanzeigen reicht, weiß das. Man ist aufgeregt und will das Zeug loswerden. Am Anfang bekommt man relativ viele Sichtungen. Das Produkt wird oft angeklickt. Der Verkäufer sieht, okay, mein Produkt wird gesucht. Aber je länger das Produkt nicht verkauft wird, desto höher wird die Behandlungsbereitschaft. Ich könnte jetzt einige Anerkunden erzählen von Ebay Kleinanzeigen und Fahrrädern. Spare ich mir. Was brauchen wir noch? Ein Helm. Der Helm ist jetzt ungefähr sechs Jahre alt. Den habe ich damals 100 Euro bezahlt. Den nehme ich heute immer noch. Ein Trikot. Kleinanzeigen. 20 bis 40 Euro kriegt man super geniale Trikots bei Kleinanzeigen. So, für mich ganz wichtig, die Fahrradhose. Da habe ich einfach für mich gemerkt, es gibt Menschen, die können mit einer kurzen Hose von Aldi fahren. Ohne Polsterung. 100.000 km. Denen fehlt gar nichts. Und es gibt die Menschen wie mich, die große Sitzprobleme bekommen, wenn sie mit einer für sie ungeeignete Hose unterwegs sind. Diese Hose. Eine Asos. Eine Lil. Mil. Vil. Fahre ich seit zwei Jahren. Habe ich gebraucht für 40 Euro bekommen. Neupreis ist um die 130. Was auch ganz wichtig ist beim Fahrradfahren sind ein paar Beinlinge. Die habe ich jetzt kostenlos von meinem Vater bekommen. Aber kosten, also auch jetzt bei den ganzen Versandhändlern, Bike Discount, Rose, Bike24, gibt es da super Dinger für 10 bis 20 Euro. Oder noch besser, wie gesagt, gebraucht bei Kleinanzeigen. Dann noch das Problem mit den Dingern hier. Pedale kann man ruhig neu kaufen, die kosten die billigsten von Shimano, die halten ewig. Also so locker 30 bis 50.000 Kilometer. Die kosten so ungefähr 23 Euro. Noch ein paar Schuhe dazu. Da hat man für 100 Euro ein Pedalsystem, was einem wirklich hilft. So und zuletzt. Lauf Equipment. Höchster Kostenfaktor sind die Schuhe. Die würde selbst ich niemals gebraucht kaufen. Obwohl meine Regel eigentlich ist. Ich kaufe alles gebraucht, außer Matratzen. Aber wie gesagt, ganz wichtig, die vielleicht im Laden kaufen, die was davon verstehen. Ein Lauftrikot braucht man eigentlich auch nicht unbedingt zwingend. Das hier habe ich überhaupt sonst bekommen beim Leipzig Triathlon. Und überhaupt, sowas hat irgendwie jeder noch zu Hause irgendwo rumliegen. Also wenn ihr mal einen Freundes- und Bekanntenkreis rumfragt, hast du zu überlegen noch ein Lauftrikot, was du nicht brauchst. Da findet man meistens immer irgendwas oder irgendwen, der irgendwo was liegen hat, der sagt, ja hier kannst du haben. Hier die Laufhose. Die ist auch von Degalon. Habe ich mir auch mal neu gegönnt für 5 Euro oder so. Und zuletzt, spezifisch für das Lauftraining, natürlich noch eine lange Laufhose. Die Hose habe ich mir beim An- und Verkauf in der Leipziger Südvorstadt gekauft, vor ca. 7-8 Jahren oder so. Damals für 12 Euro. So, und dann, auf jeden Fall braucht man eine lange, regendichte Jacke. Das Modell von Jack Wolfskin habe ich vor 2 Jahren bei einem Gewinnspiel gewonnen. Kostet eigentlich 180 Euro, würde ich mir ausgeben. Auch da würde ich sagen, gebraucht. Oder bei Degalon kann man für 40-60 Euro eine sehr gute, dickere Regenjacke bekommen. Dann habe ich hier noch so eine kleine Windjacke. Die habe ich auch immer dabei. Dieses Exemplar hat mich bei TK Maxx 12 Euro gekostet. So, und dann sowohl für das Fahrradfahren als auch für das Laufen ist wichtig. Ein langes Unterteil. Ich habe das hier. Das ist jetzt auch relativ neu. Habe ich mir bei Degalon gekauft für 25 Euro vielleicht. So, am ganzen Schluss. Auch eine ganz wichtige Sache. Eine Pulsuhr. Leider habe ich am Anfang meiner Triathlon-Karriere immer gedacht, ich trainiere so, wie mir das Spaß macht. Bis ich dann so frustriert war, weil alle immer besser waren. Und ich mich überhaupt nicht weiterentwickelt habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt hier eine Pulsuhr aus. Die Pulsuhr sollte folgende Dinge machen. Eure Strecke messen mit GPS und euren Puls messen. Am besten mit Brustgurt, nicht im Handgelenk, weil das doch sehr ungenau ist. Da muss man eigentlich gebraucht kaufen, weil neu immer viel viel teurer ist. Die einfachsten Modelle gehen glaube ich so bei 80 Euro los. Ich denke gebraucht. Kriegt man locker für 100 Euro. Eine super Pulsuhr mit GPS und Brustgurt. So, und jetzt haben wir alles zusammen. Und was kommt raus? Fahrrad, Helm, Trikot, Beinlinge. So, okay, wir kommen jetzt auf einen Gesamtwert von 980 Euro. Also, klare Sache, man kann immer mehr kaufen. Man kann immer mehr Geld ausgeben. Klar, je länger die Strecke wird, desto wichtiger wird das Material. Aber es geht auch ohne. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Es geht auch ohne. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ich freue mich auf Anregungen, Kommentare und Diskussionen in den Kommentaren. Peace out.